Liebe Fünter, liebe Herren, liebe Freunde. Ja, und jetzt kommt die nächste umweltbezogene Stellungnahme des GE Jägerholz der Stadt Passau. Stellungnahmen stand 29.06.2018. Sie betrachten GE Jägerholz. Verfahrensschritt. Frist 2.07.2018. Stellungnahme erstellt von Isolde Zahlmeier am 29.06.2018. Artenzeichen DST 470 Naturschutz ZH. Die bereits zur 120. Änderung des FNP-LPE dargelegt, bestehen gegen die weitreichende Überplanung eines ca. 4 Hektar großen Waldstücks an der nördlichen Stadtgriffe in Bratteringen mit Gefährbeflächen naturschutzfachliche Bedenken. Für den Fall der Rodung und Überbauung des hochwertigen Landlebensraumes gibt der Umweltbericht umfangreiche Vermeidens- und Ausgleichsmaßnahmen vor, die sowohl artenschutzrechtlichen Erfordernissen entsprechen als auch den Flächen- und Funktionsverlust einschließlich der nachhaltigen und erheblichen Beeinträchtigung des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes kompensieren sollen. Diese Maßnahmen stehen großenteils bereits im Umweltbericht zur 120. Änderung des FNP-LPE und werden im Umweltbericht zur parallelen B-Plan GE Jägerholz konkretisiert. Dem vorgelegten Umweltbericht liegt eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung nach dem Bayerischen Leitfaden bei. Die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind soweit erforderlich im B-Plan GE Jägerholz durch Planzeichen und textliche Festsetzungen fixiert. Im Einzelnen nehmen wir wie folgt Stellung, Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung nach Bayerleitfaden. Mit der Berechnung der Eingriffe und des erforderlichen Ausgleichs besteht ein Verständnis, ebenso mit der Art und Örtlichkeit der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen. Ihr Umfang genügt allerdings noch nicht. Die Defizite sollen mittels der städtischen Öko-Kontos kompensiert und im Laufe des B-Plan Verfahrens konkretisiert und nachgewiesen werden. Wald-Umbaumaßnahmen und Anreicherung mit Totholz. Ausgleichsmaßnahmen nach Artenschutzrecht Mit den vorgesehenen vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen besteht ein Verständnis. Umfang und Art der Ausgleichsmaßnahmen werden in der artenschutzrechtlichen Prüfung als Bestandteil des Umweltberichtes zur 120. Änderung des FNP-LPI dargelegt und sind nachvollziehbar und ausreichend. Durch die Verbesserung der Struktur und des Habitatsangebots der geschundenen und mehr oder weniger benachbarten Waldflächen soll für eine breit gefächerte Wald-Vogelfauna nachhaltige Beeinträchtigung der lokalen Population aufgefangen werden. Festsetzung im B-Plan Zu Ziffer 253 Beleuchtung und Werbeanlagen Es ist zu prüfen, ob Ziffer 443 und Ziffer 253 zusammengefasst werden können. Zu Ziffer 254 Einfriedungen Bitte ergänzen, dass eine Einfriedung der Fläche unzulässig ist, die mit den Planzeichen umgrenzt sind. Flächen zum Schluss und Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft Formulierungsvorschläge Eine Einfriedung ist nur um die im Plan B gekennzeichneten Braukunststücke zulässig. Die Flächen, die mit den Planzeichen Flächen zum Schutz und zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft dürfen nicht umfriedet werden. Zu Ziffer 321 Pflanzung Waldrand gehörts Schreibfehler Böschungen im Westen und Norden müssen heißen Böschungen im Norden und Osten Ziffer 333 kann entfallen Die genaren wissenschaftlichen und deutschen Bezeichnungen für die Baumarten passen nicht zusammen Vom Speiseapfel und Birne kann es keine Antochronenmaterialien geben Holzapfel und Birne finden keinen geeigneten Standard Die angedachten Wuchse können auch mehrere der unter 334 aufgeführten Gehölze erreichen Zur Ziffer 334 Aus standörtlichen Gründen zu verwenden ist folgende angewandte Pflanzliste Grataegus Lae Vigata Zwei griffeliger Weißdorn Corillus Avelana Horsel Oeonymus Europaea Pfaffenhütchen Frangula Alnus Faulbaum Brunus Spinoza Schlee Sambucus Nigra Schwarzer Holunder Sambucus Rasemosa Roter Holunder Viburnum Opulus Wasserschneeball Zu 4.5 Hier wird vermerkt, wird der noch fehlende Flächenanteil des Ausgleichs im laufenden Verfahren nachgewiesen Circa 4000 Quadratmeter Ausgleichsflächenbedarf vom städtischen Ökokonto Vielen Dank für die Aufmerksamkeit Tschüss und auf Wiedersehen Aufmerksamkeit . Trijk Von Tark K